Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Erpressung anzunehmen bei Zolani in Dazar Alor, an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Nun darf ich hier in diesem Gebiet solche Ruling Dev Amani töten, zum Beispiel und davon 15 Stück und ein paar zusammen, damit es schneller geht. Was ihr? Was habt ihr im Kopf? So, 4 von 15. Uh, das sind einige. Schläger der Urubashi zählen auch dazu. Schläger oder Schläger gewinnen. So, 8 von 15. Falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen. Mal schauen, was hier unten noch ist. Dann laufe ich hier entlang und hier sieht man, hier sind noch einige. Oben sind sie aber, glaube ich, auch schon nachgespawnt. So, ich hab die da hinten angehauen. Sollten auch für mich zählen. Glaub, damit hätte ich es dann auch schon, sobald die tot sind. Aufgabe abgeschlossen. Wunderbar. So. Die Quest ist ein Abzug geben bei Zolani in der Saar Alor an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch geholfen. Ciao. 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 Ciao.